Vor langer Zeit existierte eine sagenumwobene Bestie. Eine blutrünstige Kreatur mit vernichtenden Kräften. Heute benutzt ein Team von Wissenschaftlern neueste Technologie, um die Legende wieder auferstehen zu lassen. Und der Kampf beginnt erneut. Ich werde nicht zulassen, dass Sie das wichtigste paläontologische Fundstück der Geschichte töten. Hey, Doktor, vielleicht sind Sie nicht auf dem Laufenden, aber was immer es ist, es haben zwei unserer Männer getötet. Doktor, Sie haben einen quietschlebendigen, feuerspeulenden Drachen geschaffen und im Moment ist er sauer. Zyanid, rund 500 Gramm von diesem Superzeug. Das hat schon Elefanten umgehauen. Gut, na los. Lassen Sie uns abhauen, wir müssen hier rauskommen. Wir müssen das wie von der Stadt fernhalten. Wir dürfen das Licht auf die Stadt zufliegen lassen. Ja, okay, es ist ein Drache. Dragonfighter. Dragonfighter.